Ja hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Liebe Webend 2 mit mir am Kontroller und dem Gerbi, der sich wahrscheinlich schon totlacht, dass ich den Quatsch hier machen muss. Weil das sieht so ein bisschen aus, als ob wir uns jetzt hier irgendwie durchschleichen müssen. Ich dachte du magst sowas. Ja, ich mag das total. Das da oben sieht so ein bisschen aus wie ein Auge mit einem Lichtstrahl, wo wir nicht reingehen dürfen. Ah, das ist ein bisschen Versteckspiel. Jetzt ist es dunkel dahin. Zum nächsten. Dunkel, dunkel. Ah gut, so geht es ja nicht weiter, bis du vorne bist. Oh je. Das ist auch nicht so meins. Das ist so Geduld haben und so. Das ist wie bei der Kamera voll. Was? Oh was? Oh nicht was. Oh Gott. Jetzt ist es aber auch laut, ne? Ja, ich gehe jetzt schon. Ja, ich gehe ja schon. Nicht, nicht, bist du bescheuert? Renn, 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 renn. Deckung fertig. Oh. Ich muss hier einfach stehen bleiben. Nimm, du, 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 du. Mann. Nicht. Dunkel, nicht hell. Dunkel. Ich kann das nicht so. Moment, Moment, Moment. No. Boah. Hat der nur das Licht ausgeschaltet gehabt, der Sack? Wo muss ich denn jetzt machen? Nach links. Hätten wir uns da noch umgucken müssen? Gucken wir hier jetzt, ob hinter der Wand was ist, die da vorne steht. Hier ist der Hintergrund. Weiß nichts. Sieht so nicht so aus. Ja, vielleicht da hinter, wo wir noch nicht so. Ganz da hinten links nicht, aber jetzt hier vor dir die Wand. Ja, meine ich, meine ich auch. Ja, eine Statue. Ah. So, und nun? Unterklettern. Ich kann es nicht da langhangeln. Okay. Okay. Ähm. Das ist das Bild von oben. Jetzt musst du gucken, dass von oben steht. Du bist also da. Hä? Ja. Da. Du musst gucken, dass oben was ist. Wir wieder drüben. Das überdacht ist groß. Hä? Ist sie überdacht, oder was meinst du? Ja. 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 Jetzt gerade. Letz. 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 Geht nicht. Du bist da links, die Rampen runter. Da kann man nicht springen. Das war zwei Zentimeter zu groß. Das ist hier. Ich sehe das nicht. Ja. Jetzt musst du doch hier rechts, weil du da rassst und runter. Ich sehe das Viereck, da muss ich jetzt falsch werden. Ja, ja. Runter, runter, runter. Du brauchst nicht einschreien, der hört doch es eh nicht. Wer weiß. Ich glaube, er liegt jetzt mal bei uns, als letztes. Nein. 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 Oh je. Oh, schade. Oh, schade. Nein, nein. Okay, wo zum Teufel ist der hin? Das müssen wir echt nochmal üben mit deinem, ne? Spontanen. So. Was ist hier mit den Vorhängen? Es scheint so windig zu sein. Das ist ja ganz ohne Fenster. Ja, ne? Haben die vielleicht... Ne, oben auch nicht. Die können auch nicht mal bei DIN-Stamm. Okay. Na ja, gut. Können wir hier wieder raus? Natürlich nicht. Dann gehen wir zu der Tür raus. Dann gehen wir zu der Tür raus. Was? Was? Spiegel. Spiegel ist safe room, ne? Ja, guck mal, links da vorne aus dem Hinsacken. Was ist denn Dreck? Wollen wir nicht? Nein. Warum denn nicht? Na, nutzen wir nicht. Wir haben doch, äh... Da ist vorne was gekämpft. Wir haben doch, ähm... Na, wir haben noch Schlüssel, wollte ich sagen. Ja, wegen dem Schlüssel. Ja, doch, doch. Das finde ich sehr wichtig. Ja, ja. Eher noch, genau. Eher Schlüssel. Ach, Quatsch. Das ist aber doch sehr wichtig. Guck mal, wir können da gar nicht rein. Doch. Na gut, wenn wir gerne, wir gehen da nicht rein. Was? Willst du hinten durch den Türbogen gehen? Wollte ich? Ja. Will ich eigentlich nicht. Aber im Spiegel können wir speichern. Ich gehe trotzdem einmal rein, weil ich speichere. So viel Zeit muss sein. Ich mache auch nichts anderes. Versprochen. Um Zeit zu schinden, aber ich möchte einmal speichern. Jetzt, wo hier alles abgekackt ist, einmal. Ähm. Vier, fünf, sechs, sechs. Dann haben wir den. So. Sicher ist sicher, ja? Oh, wieso ist denn das jetzt hier so laut? Keine Ahnung, ich sei jetzt vom Fotografen zum Musiker geworden. Einzelne. Ist das dieses Haus, wo wir schon mal drinnen waren? Das ist nicht das für Humor. Man fängt drinnen rum. Kommen Sie, ich erwarte Sie. Mein nächstes Werk wird faszinieren. Ich will das nicht. Die komplette Absorption Ihrer Kräfte, die Unterwerfung Ihres Willens. Das wird Kunst in jeglicher Hinsicht. Aber was ist Kunst ohne ein Publikum? Ich brauche Sie hier, um das Werk zu vollenden. Will ich mich da hinsetzen oder will ich die Treppe runter? Das werden wir ja sehen. Beides? Ja, aber ich kann nicht beides machen. Echt? Ich kann mich da auch nicht hinsetzen. Du kannst feststellen, dass du dich nicht hinsetzen kannst. Und dann kann ich die Unternehmung. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Also, es dauert nicht mehr lange, dann habe ich einen Herzinfarkt. Also, wollte ich nur jetzt schon mal angemerkt haben, wenn ihr mich gleich alle nicht mehr hört. Dann übernimmt der Gerbi. Da verändern sich jetzt auch noch die Bilder alle. Diese Musik macht mir ein bisschen Angst. Das ist digitaler Bilderraum. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich schnell rennen soll oder langsam. Ja, renne einfach schnell durch, dann ist es weg. Dann ist es links. Links hat die Tür auf. Ist mir egal. Du hast gesagt, rennen, ich renne. Dann geht auch die Tür auf, siehst du. Es tut mir leid, dass ihr nicht so viel vom Spiel dann seht. Charlie hat gerade die Augen zu. Charlie hat die Augen zu. Sag mir einfach, ob links oder rechts. Ich verstecke mich hinterm Tresen. Ich laufe und sehe so das Telefon auf diesem Ding und dachte, da kommt diese Tante mit der Kamera. Boah, ich bin echt schon paranoid. Guck mal, da ist unser Schuh. Ach, nö, ne? Ach, nö. Ach, nö. Du willst mich verarschen, oder? Ja, was... Der sieht mich. Ich sag dir, das mache ich nicht lange, aber ich bin hier total panisch gerade. Habe ich nicht mitgenommen. Geh weg, geh weg! Ich brauche mal irgendwie eine Konsole mit Sprachsteuerung. Du kannst mich besiegen? Nimm das. Verdammt! Du fängst an mich zu langweilen! Ich bleib jetzt hier einfach rocken und warte bis der... Bin ich hier, oder bin ich hier? Wenn du es dann getroffen hättest, hättest du noch getroffen. Wenn ich ihn getroffen hätte, hätte ich ihn getroffen. Klang, 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 klang. Ja, wer fährt das? Ja, wer fährt das? Ja, wer fährt das? Nein! Ich... Scheiße. Ich wollte gar nichts. Ich drücke hier wahllos. Achso. Guck mal, da liegt was. Will ich nicht haben. Geh weg! Mir flutscht gleich der Kontrolle aus. Wie oft muss ich das denn machen? Ja, ich hab besser verletzt. Toll! Wirst du sparen. Wirst du sparen? Voll doch nicht! Jeder hat mal Glück! Einmal! Das geht keiner! Da hatte ich auch versucht aus, weil ich da wüsste schon... Ach, hat er nichts. Ja, das war gut. Lächeln für die Kamera. Jetzt, jetzt macht er Foto. Ja, toll! Ne, da bleibt er kurz stehen und macht nichts deswegen. Ja, wenn ich ihn nicht seh... Ah, jetzt wirst du in den Fotoding... Kurz, ich will hier raus! Geh weiter! Scheiße! Weg, du hast dich wo etwas zu verstecken, das du nicht siehst! Da rufst du deine Spinnungsprobleme. Jetzt bist du raus. Ich fuhl dir auf, dass der kein Foto von dir macht. Wenn du siehst, du nicht hörst. Sollst du dich gleich gucken, wo alles in dir verschießen. Komm, sei tot, sei tot, sei! Bitte, 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 oh! Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Ach, schau, die hat mir noch verdient. Reicht mir jetzt! Stirn! Hier! Endlich! Das geht jetzt richtig gut! Nein! Nein! Das kommt noch! Okay! Wieso hast du schon die Hälfte? Alles gut! Hinter die Rache vor. Nein! Das geht nicht! 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 Spritze, Spritze, Spritze! Was ist denn das da jetzt so für einmal? Nicht da reingehen, da ist eine Explosion abgebildet. Wie viel kannst du noch einstecken? Ja, nicht viel. Na doch, hast du Spritze? Nicht! Mach doch! Mach doch! Okay. Ich glaube, ich muss gleich einen Controller wechseln, der geht kaputt hier. Das glaube ich. Wenn ich mit dir fertig bin, ist man hier nicht! Ja, da bin ich schon! Oh! Das ist so schlimm! Muss ich die Hälfte raus nochmal machen! Alles muss man selber machen! Stirb endlich! Wie viel kannst du noch reinstecken? Flucht ist zwecklos! Kommt so weit! Maus! Wie viel kannst du auch! Ach du! Leid! Spritze! Kleine Hälfte! Fe- Geh! calc! Fech! Geh! Die Flut! Ich hab langsam genug! Geh! Geh! Nein! Alles da weg Taumelschen mehr Nein! Habe ich den getroffen? Ja, auf dem Trennen, auf dem Trennen, dass du ein bisschen Ausdauer erholst. Flucht ist zwecklos! Komposition! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ja, Mann! Ich krieg hier echt Notarmut, äh, Blut, äh, Quatsch! Atemnot! Blutarmut! Ja, das auch! Weil ich hab die Finger so um den Controller... Da rennst du viel! Ich hab Panik! Hast du das gemerkt, dass ich irgendwie Panik hab? Für was denn? Ich kriege den da jetzt fast mitgeschmackt! Die wollte ich ja grad nehmen! Ich weiß nicht mehr, wo die ist! Also Leute, egal was danach noch kommt, danach beenden wir das Spiel! Ich spiel nicht mehr mit! Das ist für mich jetzt der Endkampf und wenn ich den irgendwie körperlich und seelisch überleben werde... Was denk ich? Was denk ich? Das ist für mich eigentlich gar nicht! Meine Konsole! Okay, schreib jetzt in die Kommentare! Da Gewinner wird ausgelost! Wo ist denn der jetzt? Unter dir! Ja, toll! Hat er getroffen! Hat er gar nicht! Wieso mach ich das immer? Keine Ahnung! Verpflichtet dich, wie du siehst immer, wie verrückt du auf Controller rumdrückst! Soweit gehen wir sie mit der Haar aus! Stopp! Dafür wirst du bezahlen! Bleiben, bleiben! Wie viel kannst du noch reinstecken? Steh auf endlich! Du schaust dich auch gerade! Nicht mehr wehden, verdammt! Ich hab geschossen! Ja, ich denke, das kannst du irgendwie nicht einfach so aus, weil wenn da jemand sein Punkt drin ist, dass der dich da eingreift. Wieso bin ich immer bei sowas? Nee! Erst diese blöde Tuse da vor dem Schloss! Ja, davon hat mich aber uns weh machen müssen! Ja, die waren ja, die war ja total easy! Die musste es ja gar nichts machen! Nein, die ist einfach umgefallen, ich weiß schon, ja! Ja! Ich muss immer das voll schwerer! Die Kameratus hat ja nicht gehabt! Nicht! Ich will gar nicht fliehen, ich möchte ihr volle Kahn ins Gesicht schießen, bitte! Danke! Das Festdecken ist zwecklos! Ich glaub aber, schau nicht an, was sie für heute ist. Kannst du nichts machen? Nee! Offensichtlich nicht! Herr Seitdem ist zwecklos! Sie machen es zwecklos! Ja, ich weiß, was sie ist. Ungefähr nicht! Sie haben es zwecklos! Sie sind nicht weit! Sie haben sie nicht! Sie haben das geschickt! Sie sind. Und Sie wollen sie... Sie haben sie nicht! Glauben sie dich! Der macht mich echt wahnsinnig. Was? Ruh doch auf! Doch jeder wird hier. Ich weiß, ganz viel überstau'n. Guck mal, du hast jetzt schon mehr Verletz. Jetzt haut er die Wände weg. Das hilft mir nicht, ich bin so gut wie tot. Das ist kein Spurz. Weg, weg, weg! Ich komm nicht weg! Tja, meine Gülle. Guck mal! Ah, ah, ah. Ist das die Quadrägerin? Na komm schon! No, no! Ah, gut, das ist auch gut. Nein, nein! Das macht jetzt den Target-Spitcher. Ja, endlich! Ja, endlich! Oh ja. Oh Gott. Ah. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Musik 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 Wie oft muss ich, machen wir das hier überhaupt richtig? Wie oft habe ich dem jetzt schon den Kopf geschossen? Ich habe gesagt, du musst dir das so angeschießen. Musik 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 Okay, ich glaube, ganz ehrlich, Gerbi, versuch du mal. Ich kann, ich weiß nicht.